31 wurde ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlungen am Worten Magister Gerhard Kanyak und zuvor noch zu einer Geschäftsordnungswortmeldung der Herr Abgeordnete Graf. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, der Herr Kollege Schalmeier hat in seiner üblichen Art und Weise permanent untergriffig und immer hetzend gegen die Freiheitliche Partei den Begriff Blödsinn verwendet, soweit ich mich erinnere, ist, dass ein Ordnungsruf in diese Richtung bietet, das Protokoll ein sich zu nehmen und allenfalls diesen nachträglich zu erteilen. Danke. Herr Abgeordneter, ich werde mir das Protokoll kommen lassen und dann die Entscheidung bekannt geben.